So, hallo, ich bin's, euer Peter, im letzten Türchen haben wir ein bisschen was vergessen, deswegen machen wir das heute gleich im Anschluss, und zwar folgendes, das ist auch ein kleines Rätsel, was wir im nächsten Türchen dann auflösen, und zwar geht er folgendermaßen, der Rätsel im Übrigen, was grün im Sommer und im Winter erfreut zur Weihnachtszeit die Kinder, worum's da geht und vieles mehr im nächsten Türchen, bis dahin, tschüss.